Man kann über die Grundmythen und die Grunddogmen der Grünen nicht diskutieren. Das ist ihre Identität und deshalb ist es auch vollkommen undenkbar, dass sie jemals bei diesem Thema irgendwie einen Rückzieher machen oder auch irgendwie kompromissbereit wären, sondern sie müssen daran festhalten bis zum bitteren Ende. Und sie werden, wenn alles den Bach runtergeht, dann einfach nur sagen, wir waren nicht schnell genug, wir haben zu spät angefangen, wir hätten viel früher die Windräder über ganz Deutschland verteilen müssen und überall Solaranlagen und nur weil das nicht passiert ist, haben wir Probleme. Also es wird hier nie zu einem Lernprozess bei den Grünen kommen.